Hey, ich bin Konrad und diese Woche ist in der DKV Nachwuchschallenge Klimmzüge dran. Dafür sind 80 bzw. 100 Klimmzüge auf dem Plan. Dafür habt ihr so zwei bis drei Trainingseinheiten Zeit und ihr könnt natürlich auch immer Pause machen, aber cool wäre es, wenn ihr am Ende die 80 bzw. 100 Klimmzüge schafft und ich mache ein bisschen mit, also let's go! Bis zum nächsten Mal!